Moin! Das ist eine kleine Ergänzung zu meinem Web-Talk HTML in Moodle Lesen und Editieren. Ich wurde nochmal danach gefragt, wie das denn mit den iframes funktioniert. Und zwar über iframes können Inhalte aus fremden Webseiten in den Kurs eingebettet werden. Wir haben uns dazu das ganze schon auf Moodle angeschaut. Und da habe ich euch gezeigt, dass wenn man hier auf Teilen klickt und hier auf den Punkt Einbetten, dann findet man hier so ein Feld mit iframe, das man sich kopieren kann und in seinen Moodle-Kurs reinkopieren kann und hat dann dieses Video eingebettet. Man kann bei YouTube hier noch so ein paar Sachen einstellen, zum Beispiel, dass es ab einer bestimmten Zeit anfängt oder der erweiterte Datenschutzmodus aktiv ist. Und so ähnlich funktioniert das auch bei H5P. Bei H5P habe ich hier unten in der Leiste einen Punkt mit Embed und kann mir hier den Code rausnehmen. Wie funktioniert jetzt das aber bei einem Tool wie Twine oder Flinger, bei dem ich diesen Code nicht offensichtlich irgendwo finde? Dazu schauen wir uns erstmal an, wie iframes überhaupt aufgebaut sind. Und das können wir sehr gut auf der Webseite self.html schauen. Wir suchen nach iframe, finden auch einen Eintrag. Und der erklärt uns, iframes sind Elemente, mit denen man eben andere Seiten einbetten kann. Und die haben verschiedene Attribute. Und das, was wir am meisten brauchen werden, sind Höhe und Breite und natürlich die Quelle. Also in welcher Quelle sollen Sachen eingebettet werden. Hier unten gibt es ein Beispiel. Und dieses Beispiel könnte man sich jetzt kopieren und die Inhalte austauschen, die hier sind. Also man könnte die Webseite durch die Webseite von Flinger oder von Twine ergänzen. Man könnte die Breite rein ändern. Man könnte die Höhe ändern und noch ein paar andere Sachen ausprobieren. Es gibt aber auch noch einen einfacheren Weg. Und zwar habe ich euch die Webseite htmlcheatsheet gezeigt. Und diese hat ein Widget, mit dem man iframes ganz einfach erstellen kann. Es heißt create iframe. Und hier muss man nur die URL eingeben, kann die Breite und die Höhe festlegen, kann sich auch für Prozent- oder Pixelbreiten entscheiden, ob das Ganze einen Scrollbalken haben soll oder nicht und ob ein Rahmen um dieses Element runter sein kann. Wir probieren das aus. Und zwar habe ich hier eine kleine Demo-Story gebaut mit Twine. Und von dieser Demo-Story, die kann man sich anschauen, da holen wir uns die URL, kopieren die und nehmen die mit in dieses Widget. Wir tragen die URL hier ein. 100 Pixel ist vielleicht nicht hoch genug. Nehmen wir 400 Pixel und drücken hier auf Generate iframe. Dann kann man hier vorne schon die Preview schauen. Kann schon mal gucken, ob das in etwa hinhaut. Wenn ja, nimmt man sich diesen html-Schnipsel, geht in seinen Moodle-Kurs und klickt hier auf Bearbeiten einschalten. Nimmt sich das Textfeld, in dem man es einfügen will. Einstellungen bearbeiten. Geht dann in die html-Ansicht. Die findet ihr hier mit diesen eckigen Klammern. Und dort könnt ihr es einfügen. Klickt auf Speichern und zum Kurs. Und dann seht ihr dann, dass das Twine eingebettet ist. Ein zweites Tool, bei dem wir es gerne anschauen wollten, ist Flinger. Auch hier habe ich ein kleines Demo-Tool gebaut. Von dem holen wir uns die URL. Und geben auch diese in den Generator ein. Früher können wir ja so lassen. Generieren den iframe. Dann wird das hier drüben auch schon angezeigt. Papieren uns das. Und können auch das über Einstellungen bearbeiten. In die html-Ansicht wechseln. Reinkopieren. Können wir das hier auch schon mal anschauen. Das sieht ganz gut aus. Und können das abspeichern. Machen wir den Bearbeitungsmodus mal noch aus. Und sehen, ja, angezeigt. Ich kann auch direkt hier in Flinger. Neue Nachrichten anlegen. Das läuft jetzt also auch über den Kurs. Jetzt vielleicht noch die Frage, kann man jede Webseite einbetten? Nein, das kann man nicht. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten, die das verhindern. Die erste ist, es ist nicht SSL verschlüsselt. Das heißt, ihr erkennt oben links neben der URL oder vielleicht auch rechts, je nach Browser, dieses geschlossene Schloss nicht. Oder es steht auch nicht HTTPS da. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist diese Webseite nicht verschlüsselt. Und dann wird sich Moodle weigern, das einzubetten. Einfach um euch und eure Teilnehmenden davor zu schützen, Chartsoftware über die Seite auf euren Rechner zu bieten. Zweite Möglichkeit, weshalb sich Seiten nicht einbetten lassen, ist, dass sie es vielleicht von sich aus ablehnen. Dazu haben sie kleine Codeschnipsel auf der Webseite. Die anderen Seiten, die versuchen sie einzubetten, sagen, nee, bitte, ich möchte nicht, dass ich eingebettet werde. Das erkennt ihr aber daran, dass ihr eine Fehlermeldung erhaltet, die sowas ähnlich ist wie, die Webseite lehnt es ab, eingebettet zu werden, oder Site refused to be embedded. Das war's schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.